Guten Abend, meine Damen und Herren. Der türkische Präsident Erdogan reicht den Deutschen die Hand. Gegenüber dem Krombacher Tageblatt äußerte er, er wolle nach den turbulenten Missverständnissen der letzten Monate wieder einen friedvollen Umgang in seinem Sinne fördern. Deshalb möchte er sich 2017 auch als Nachfolger für Joachim Gauck zum Bundespräsidenten wählen lassen. Die Personalunion türkischer und deutscher Präsident werde er nutzen, allen ehrenwerten Bürgern ein wertvolles Weltbild in Sachen Presse und Religionsfreiheit zu vermitteln. Wir warten gespannt auf die Reaktionen von den Parteien und der Bevölkerung.